So, willkommen zu einer weiteren Folge FIFA Freundschaftsspiele. Heute geht's mit dem Dongy. Koop-Season, hallo Koop-Season. Bei mir ist alles Freundschaftsspiele. Selbst der bittere Krieg-Freundschaftsspiele. Warum FIFA 15, oder? Nee. Alter, der spielt mit Reza Rodrigues. Das ist ein richtiger Skater ohne Witz. Warum? Reza Rodrigues ist voll geil. Oh, fuck. Ach ja, wir spielen zusammen, ne? Ja, das hab ich auch gedacht. Meins! Nein, nicht meins! Nicht meins! Weg. Ja. So. Zieh doch durch! Zieh doch durch! Leckt das bei dir aus so ein bisschen? Nö. Du leckst bei mir ein bisschen. Genau. Interessant. Weil jetzt leckt das selbst bei mir so. Weil er früher kommen müssen. Nö, muss er nicht. Siehst du doch. Geiles Ding! Ja! Geiles Ding! Geiles Ding! Ey, dann nie. Dafür müsst ihr ein Like beim Carsten da lassen, weil ich nehm nicht auf, aber Carsten nimmt auf. Deswegen ein Like bei Carsten! Ich stell mal so ein paar Sachen neben aus. Ich hoffe, das schmiert jetzt nicht die Aufnahme bei ab. Alter, wenn du jetzt die Aufnahme schmiert, dann töd ich dich dafür. Geht weiter übrigens, gell? Ja, ja. Mach mein... Läuft die Aufnahme noch? Ja, die Aufnahme läuft noch. Gut, wenn das in Karl-Tolmich hat nicht gekommen wäre, dann wäre ich ziemlich angepisst gewesen. Das ist ein anderer Tor ist auch nicht gekommen, das von letztem Mal, was ich aufgenommen habe. Lauf! Oh, den wolltest du, okay. Ja, ja. Den Christa auch noch. Nee, da nicht mehr, aber du! Ja, ich krieg den so wirklich. Oh! Das ist deine. Den Homil habe ich gerade erst gekriegt. Oh, Riesenparade. What do you fucking do, sir? Einwurf. Äh, Abstoß. Was? Ja. Abstoß. Ich sehe den Abstoß. Weißfäller! Kannst du den noch? Schade. Okay. Du deckst Ronaldo, ich deck den anderen. Wow. Abstoß, ne? Das war wirklich Abchancierung. Oh Gott! Was ist das denn? Ist geil, wo deine Probleme sind. So, außer die, die ich sowieso kenne, aber... Deiner. Meiner. Das war eigentlich dein Name, aber gut. Nein, das ist nicht meiner. Siehst du doch. Hm? Oh, das war eigentlich ein Befreiungsschlag, aber okay. Äh, geh hin, geh hin, geh hin, geh hin. Oh Mann, das ist ein Befreiungsschlag. Wer ja, der kriegt den. Oh! Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ey alter, es ist gut. Wie spielt der denn? Hat der Ronaldo als Stürmer oder was? Ja. Ich lauf in 3, 2, 1, jetzt. Ja, ging nicht. Vater nämlich. Hm. Abseits. Jawohl. So. Ähm. So. Three, two, one, fight. Puh, der ist gut, der ist fast gut. Der ist sogar... Spiel ab! Was machst du denn? Abgespielt. Ähm. Und so schießen wir Freistöße, ja? So. Nicht lauf. Ja, so. Eigentlich bin ich Lerner, das geht jetzt. Oh, Vegetarian. Lerner, los geht. Keiner. Kam nicht so auf Lewandowski. Ja, tu mir leid. Abseits. Ach, der Scheiße, das war ja gar nicht... Oh, Bale, 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 Bale. Der sweatet, der sweatet. Ne. Tut er nicht. Riesen-Torwart-Spiel, du. Dieser Scheiße-Tipp, der sich selbst loben muss, weißt du? Ja, musste aber sein. Ich geh. Alter. Oh Gott. Zweimal drunter hergesprungen. Und der ist drin. Und den hat Weinfeller sogar. Hammer. Den zweiten Ball hätte er aber nicht mehr gehabt. Aber gut, Abseits. Ja, ganz knapp. Das war eigentlich noch weiter weg, Abseits. Nein, dann ist er nicht mit weitergelaufen. Und ich hab mich voll gewundert, dass ich auf einmal Lewandowski hatte. Ja. Oh mein Gott. Premium, passt du. Oh. Mein Fehler, Claire. Sorry, der kleine Hacken, musst du sein. Oh mein Gott, den krieg ich vielleicht noch, den krieg ich vielleicht noch. Ah, nein, nicht mehr. Nee, kriegst du nicht. So. Den kriegst du aber. Alter, der Real Madrid wird nächstes, also in 4x15 so überpowered sein. Warum? In real life sind die auch nicht gut. In real life. In real life. Aber wie viel vor 15, ja, das könnte sogar sein. Ach, den hast du, ne? Ähm, was? Das wird nur angetippt. Oh, da hab ich ganz schön genutzt. Was soll er tun? Hm. Der soll nicht so viel natschen wie der will, der krieg den eh momentan nicht rein. Komm da, ja. Die. Die. Die? Wer, die, das? Das sind zwei. Oh, das war ein schöner Woll. Ich tu mich ja selten selbst loben. Oh mein Gott. Oh, scheiße, das war der falsche. Sorry. Oh, nein. Wieso laufst du nicht durch? Weil der ja gerade kontert. Nein. 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 Ja. Einwurf, Einwurf, Einwurf. Abstoß. Okay. Alles klar, Einwurf. Aus der Position. Ja, ne, ich hab gedacht. Ich hab gedacht, das wär Ecke. Gewandowski. Oh. Ja, auch nicht. Knappes Ding, du. One-Touch-Football von den Gegnern, denen die verlieren. Ja, ja. Richtig starker Pass, den musst du nur noch machen. Oh mein Gott. Und ich hab ihn umgetreten. Und so richtig schön. Haben wir ja. Oh Mann. Der hat das selber machen müssen eigentlich. Ich war aber, aber ich war so schön machen, weil sie es war immer gut. War gut. War gut. Vollkommen legitim. Oh, richtig. War keiner Zeit. War keiner. Nein, das war auch keiner Zeit. Es war, ich hab dort drauf gehabt, es war so knapp. Es war so knapp. Nein. 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 Das war abseits, wieso, Mami. Schön. So. Kreuz und links. Ach, scheiße. Hab ich zu spät gesehen, sorry. Das war bei der Kostgeber auch egal. Ja, weiß ich. Aber ich hab's trotzdem zu spät gesehen. Abseitsfalle. Scheiße. Nee, nee. Ich hab keine Absatzfalle mehr. Ja, ich versuche irgendwie, mit dem Tötz. Braust du nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Und weg. Ljewandowski. Hm. Ich hab gehofft, dass er dann irgendwie weiterspielt. Jetzt. Nein. Nein, da bleibst du stehen. Ich geh gegen den Lauf gelaufen. Äh, ich geh gegen den Lauf gelaufen. Warte. Ja, ich geh auch vom Gewehr, oder wie? Jo. Alter. Genau, ich krieg den Mann. Ja, mach mit. Oh, ein Tick zu lang. So, sicher, 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 oh mein Gott. Ja, ich wollte den weghaben, sorry. Besser, als wenn ich den Ball gehabt hätte. Ich hätte wieder versucht, den Torwart auszuspielen. Äh, den Spieler auszuspielen. Und dort. Pass auf, der zieht drauf. Oh mein Gott. Der sah gar nicht mal so gut aus. Der sah nicht gut aus, aber der war knapp, glaub ich. Wohl. Ey, wir führen noch nie, obwohl wir eigentlich gar nicht so schlecht waren. Was? Wir führen, obwohl wir gar nicht so schlecht waren. Obwohl die nicht so schlecht waren. Ach so. Die haben genug Torchangst, fand ich. Ja. Äh. Ja, genau. Schön gemacht. Okay, okay, okay. Ich lauf mal in der Mitte langsam mal, ne? Der ist gut. Oh, fuck, ein bisschen zu weit. Ja, ein bisschen zu viel, leider. Ah, ja, genau, Schiedsrichter. Und dann merkt er sich die Tasse noch zehn Stunden lang. Ja. Hast du. Äh. Äh, äh, ja, schön. Ähm, ja. Ja, wieso kann ich das nicht in die Mitte ziehen? Elber. Oder? Ne, frechst du. Verdammt. Da konnte ich einfach nicht in die Mitte ziehen. Ich wollte in die Mitte ziehen und ich hab's andauernd geklickt und er hat's einfach nicht gemacht. Das war voll traurig. Migitarier. Ne, den grüdet da, ne. Der ist sauber. Der ist sauber. Ich krieg ihn auch einfach nicht in die Mitte. Ne, du bist da gerade irgendwie unfällig für. Wenn dann nur so kacke. Achtung, oben. Der spielt oben. Der spielt oben. Ja, aber da komm ich nicht hinterher mit Scharling. Der ist einfach zu langsam. So, ich geh mal auf Ronaldo. Oh mein Gott. Jetzt, jetzt schnell nach vorne. Jetzt nach, kaufen wir Kanten. Ja, der kommt gar nicht mal so schlecht. Ja, doch. Irgendwie wohl. Oh, da hab ich noch einen, gedacht, der macht noch einen Schritt. Oh mein Gott. Abseits, 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 das war abseits. Nee, leider nicht. Weißt du, weil ich mal Bock hätte auf welches Team? Welches? Chelsea. Oh, nee. Ich und Chelsea ist wie du mit. Wenn Domini wieder mit einem Hasards gilt. Ich und Chelsea ist wie du mit Real. Ja. Ganze Ball auch nicht. Wieso? Was macht er? Alter. Das ist doch alles. Das ist, das ist. Ich hasse es, wenn die den Ball so komisch annehmen und so komisch weit vorlegen. Keine Ahnung, was er da noch alles mit Bock hat. Den müssen wir haben. Oh mein Gott. Da springt er aber mal komplett rüber und krieg ich ihn noch. Schön. Nur, den krieg ich nicht mehr. Pass auf, unten, unten, unten. Absatz. Gut. Ah, da wollte ich ihn direkt weiterspielen. Pass immer noch aus. Gott, bitte. Typ. Nein. Oh, den habe ich noch. Nein. Was macht er? Warum drehst du dich um? Warum nimmst du dich den Schwung mit? Weil der jetzt reingeht. Ja. Oh mein Gott, wie kann er dich? Wie kann er dich nicht machen? Oh mein Gott. Den muss er. Der muss, der muss ja. Also wirklich, ne? Der muss rein. Den hast du. Schön. Ich glaube gerade so im Abseits. Ich bin schon los zu früh ausgelaufen, weißt du? Oh, gerade so. Oh, aber auch nur. Sehen soll er noch mal zu spielen. Den konnte ich nicht besser, weil ich möchte kann das nicht. Weinen Fehler, locker, locker, easy. Jetzt warten wir mal kurz, bis wir ein bisschen mit mehr Leute vorne sind. Rechts unten ein leichter Abschlag. Rechts unten. Wie so, der ist besser. Oh, das stimmt sogar. Oh Gott, der war so schön. Da habe ich auf dem Schein seinen linken Fuß gespielt. Oh Gott, oh Gott, da gehen wir beide in verschiedene Richtungen. Hat er nicht. Den kann er nicht haben. Da hat er zu viel Zeit gehabt. Alter, wie wir beide von dem Spieler weggelaufen sind. Und da habe ich versucht rein zu krätschen, aber ich hätte wahrscheinlich sogar noch ans andere Ecke krätscht. Jetzt Mitte. Jawohl, danke. Schnell, 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 ein Rauf, schnell, ein Rauf. Lauf doch mal. Glewi. Jawohl. Ach, hast du. Wieder Léwi. So, ich war noch nicht mal. Oh, und jetzt waren wir noch das dritte. Ne, ne. Nicht, man will es gut anstellen. Und du musst nach unten. Du musst nach ganz unten. Weil das kann ich ja... Oh, scheiße. Da stand noch einer von denen. Das kann ich ja eigentlich wohl. Solche sind dort. Wenn der andere ist. Nein. Oh, Mann. Dann hat er den so scheiße angenommen. Sorry. Kann ich einmal das freie Auge absetzen, glaube ich. Ja, ich wollte eigentlich den eben kurz annehmen und dann weiterspielen direkt nach oben. Oder klappte ja nicht so pralle. Jetzt. Oh. Oh, der war ja mega kurz. Was auch immer du vorhattest. Ah, wie, der Wegrenner. Dann geh ich jetzt mal ganz raus. Na, der letzte Mal ganz gut. Oh, mein Gott. Scheiße. Der Ball kommt nicht gut. Scheiße, sorry. Spann. Spiel doch den Ball. Ich schieße. Sorry, da habe ich tausend Leute von mir kommen. Oh, donny. Da darfst du nicht rausrennen. Da wird das Wort. Da wollte das werden. Und zwar. Oh. Alter, komm. Wieso? Wieso das in die andere Richtung, wo ich gerade laufe? Oh. Den hat weinen Verlag. Was ist du? Hat er? Ist man den Vogel? Ja. Ist man den Vogel? Ja. Wieso? Ich habe einen Vogel und ich habe gedacht, wir haben einen Vogel im Kopf. Nein, der ist aus dem Zweifelsfall nicht. Das ist sonst immer. Den hat man auch. Und jetzt nochmal schön, den letzter Angriff. Den leidig sogar weit. Oh mein Gott, der ist drin. Nein! Oh Mann, da habe ich echt gedacht, der ist wohl drin von ihm. Also wirklich. Schade. Das wäre so geil gewesen. Wir haben ein Eigentor geworden. Das wäre so geil gewesen. Also ohne Witz, ich hätte die Folge von dir gefeiert. Ich hätte 10.000 likes gegeben, mir zu kriegst du nur 3.000. Dann danke ich fürs Zugucken und wir sehen uns dann bei Mixman. Tschüss! Adios!